Dieses Radio IBS Leeds, heute ist Dienstag, der 22. April 2008, die Tageslosung für den heutigen Tag. Wart das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nache, dass es komme und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Aus dem Brief Jesaja, Kapitel 56, Vers 1. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Aus dem zweiten Brief, Korinther, Kapitel 6, Vers 2. Das war die Tageslosung für Dienstag, den 22. April 2008. Sie hören Radio IBS Leeds, deutschsprachiger Dienst. Ich wünsche Ihnen einen guten und angenehmen Tag. Ich wünsche Ihnen einen guten und angenehmen Tag.